Moin Leute und herzlich willkommen zu 7 Days to Die. So, wir spielen mit der Jatze. Hallöchen, ich wollte grad Phasmophobia sagen. Alter. Wir wurden ein bisschen getriggert durch YouTube, wollten es unbedingt aufspielen. Ist das ja auch ein Hase. Wir haben allerdings überhaupt keine Ahnung, wie das Game funktioniert. Also falls Tipps vorhanden sind, gerne in die Kommentare schreiben. Werde ich auch noch öfter sagen, falls der Erste vielleicht bei den ersten 50 Folgen mal da reinguckt. Oder 100 oder 120. Joa, das 1x1 des Überlebens begonnen. Lieber Freund, das Öland kann erbarmungslos sein. Ich hab dich nackt und ohne Vorräte dem Tod überlassen gefunden. Es scheint, dass du mit dem Duke verärgert hast und Hilfe gebrauchen könntest. Am Ball findest du eine kurze Anleitung, die dir beim Überleben helfen sollte. Wenn du sie abschließt, nehmen wir vielleicht einen neuen Bürger in unsere Ränge auf. Die Siedlung von White River. Es gibt sie wirklich und sie ist sicher. Friede sei mit dir, Freund nur. Oh, was hab ich denn jetzt? Baumwolle hab ich schon und alten Müll. Du bist schon am Farm? Sicher. Okay, ich bin immer noch am Textlesen. Ich bin eigentlich dem Hasen hinterhergelaufen. Hast du alles weggeklickt? Was hab ich weggeklickt? Da war nur eine Sache. Okay. Das ist einmal eins des Überlebens. Ist deine aktive Quest? Der Status der Quest wird? Kann man meine Maus nicht anders einstellen, ey? Ja, meine muss auch. Da muss aber, da muss aber Option. Alter, ich krieg jetzt schon Kopfschmerzen, Junge. Drückst du Escape? Ich jetzt? Jetzt? Ja, einmal Escape. Oh, ja. Ähm. Option? Genau, dann gehst du auf Option. Steuerung. Steuerung? Und dann gehst du auf Bewegung. Wo steht denn das? Ach da. Nee, da steht es nicht. Warte mal, Option. Okay. Oh. Kameraempfindlichkeit. Ach, hier haben wir es doch schon. Wo denn? Ähm. Hä? Wo liest du Kameraempfindlichkeit? Die Maus ist immer noch so. Hallo? Ah, äh, nee, Empfindlichkeit der Benutzeroberfläche. Ja, wo denn? Benutzeroberfläche, aha. Äh, bei Option. Hä? Aber ich hab doch hier Benutzeroberfläche extra. Ist aber immer noch so krass. Äh, bei Option, bei was? Empfindlichkeit. Oh, ich hab gar nicht so viel. Genau, Kameraempfindlichkeit. Ich hab jetzt runter auf 20. Und das geht, ja. Ja, jetzt ist es angenehm. Ich hab auch 15. Ich glaub, 15 reicht für mich, ey. So, wir können irgendwie, können wir hier auch Gangmembers werden. Äh, ich hab hier trübes Wasser. Und, hä, jetzt. Okay, mit wem? Ah, jetzt. Oh, ich find das immer noch mega schlimm, ey. Ja, man gewöhnt sich ja dran, ne? Nee, ich nicht. Ich hab einen muffigen Rucksack gefunden. Da ist trübes Wasser. Oh, ups. Und ne Flinte. Selbstgebaut. Ja, ein selbstgebautes Gewehr. Hildegard! Hildegard, guck mal! Wie komm ich in mein... Da, hier. Aber ich hab ja gar keine Munition, ne? Okay, die Flinte bringt mir noch nicht so viel. Wie können wir denn hier, wie können wir denn hier, äh... Baumwolle. Oha, das hätt ich bestimmt noch machen dürfen. So, jetzt, ich hab jetzt auf null, also runter. Und jetzt ist das wesentlich besser. Aber ich glaub, mir wird sowieso bald schlecht. Wie, wie, wie kann ich denn... Ich hab einen Hasen gesehen, falls das hier mal eininteressiert. Ja. Du kannst Baumwolle einsammeln. Indem du Gegenschlägst. Ich drück grad wahllos Tasten und gucke, wie ich mit dir in Kontakt komme. Wo bist du denn überhaupt? Ne, ich bin, äh... Ja. Ja. Also irgendwie, es gibt die... Es gibt die Option, dass wir hier Freunde werden. Und dann kann ich sehen, wo du bist. Ich hab hier irgendwas, was ich die ganze Zeit zerschlage und irgendwie kriege. Aber... Warum verschlägt die das? Kann ich das nicht noch irgendwie anders machen? Kleinen Moment. Ich hab kein Handy hier. Kleinen Moment. Okay. Okay, sagt er. So. So, sagt er. Und jetzt wollen wir ja Frenz werden, ne? Frenz. Aber wie? Sicher? Wie, wie schick ich... Ich bin noch gar nicht im Spiel. Ah, Gruppe. Verbündete. So, drück mal I. I. Und jetzt musst du... Ich hab ne Freundschaftseinladung an dich geschickt. Genau. Genau, Patrick. Jetzt sind wir Frenz. Und jetzt kannst du... Frenz. Genau. Und jetzt kannst du... Warte, ich geh erst in das Haus hier. Hier geh ich ihn wieder zurück. Wie? Na, jetzt hab ich hier den... Drückst du einfach Escape. Oh. Ah, ja. Ich hab mir... Hast du den Rosenstein aufgemacht, oder was? Na, ich hab mir grad die Hand verstaucht, weil ich ein Waschbecken geschlagen hab. Das macht's einfacher. Türen kannst du öffnen. Oh, das ist natürlich jetzt doof. Wenn jetzt hier Zombies im Haus sind, bin ich am Arsch, ne? Ich hab ja keine Waffen. Ich hab ne leere Dose. Ich... Ich... Ich nimm die mal mit. Ich hab ne Fackel. Ja, ne Fackel hätte ich jetzt auch zu handeln, aber ich weiß nicht, ob die kaputt geht. Du wirst da sehen, wenn einer kommt. Guck mal, ich kann hier noch was durchforsten. Ich hab jetzt, äh, ne Dose Nudeln. Ich nimm die mal mit. Mülleimer kannst du auch durchsuchen. Da sind Nägel drin. Okay. Nimm das doch. So. Wie kann ich denn alles nehmen? Mit R vielleicht? E. Nee, wenn du R drückst, wenn du irgendwas geöffnet hast zum Durchsuchen und du drückst R, dann kannst du alles, was da ist, mitnehmen. Ich geh jetzt mal hier in dem Haus nach oben. Was ist, wo ist denn hier ein Haus? Ich bin hier mitten in der Pampa, ey. Wenn du oben guckst... Ja, ja, ja. Bist du schon auf dem Weg zu mir? Also langsam, ich gucke hier. Hier ist viel Baumwolle. Könnte bestimmt nützlich sein. Okay, ich kann mit der Faust, kann ich keine Lampen abhauen. Heizkörper auch nicht. So ein Rippenheizkörper, da brech ich mir die Knochen. Oh, hier ist... Trinkt das irgendwas, wenn ich einen Baumstumpf kloppe? Ähm, weiß ich nicht. Kriegst du Holz oder XP vielleicht? Ja, ist jetzt noch gar nichts, irgendwie. Gefühlt. Oh, ich hab ne Hose. Die nehm ich. Ah, die hätt ich auch tragen können. Kleinen Moment. Nicht genug Ausdauer, okay. Aha. Kann ich auch treten oder so? Ah. Äh, nee, du kannst nur schlagen. Wofür ist denn die Baumwolle eigentlich gedacht? Für irgendwas zum... Äh, ja, wir können ja später Betten bauen und, 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 äh, Nahrung herstellen. Hier ist ein Steg. Ich komm mal in deine Richtung, erst mal. Ähm, was ist das hier? Papier. Kann ich den Berichtgasten besuchen? Oh ja, krass. Oh, ich hab hier ein Buch. Äh, Sperrjäger. Hier flackert das Licht. Ich geh wieder zurück. Und tschüss. Was ist das hier? Eisen, Blei und ne Feder. Nimm mal alles mit. Cool. Ich kann also, äh, ein... Ein Damage. Oh, Alter, diese Maus, Alter. Boah, heftig. Ey. Deswegen hasse ich diese Ballerspiele, weil mir davon immer schlecht wird. Wenn du, ähm, Bäume verprügelst, ne? Ich bin ja so ein richtig krasser Boxer und ich trainiere immer, indem ich Bäume vermöbel. Ach, ja. Dann kriegst du Holz und aus dem Holz, wenn du noch Steine sammelst, die liegen rum, kannst du, äh, Speere, Äxte, Hammer machen im Primitiv. Ja, ich weiß, das hatte ich doch eben gefragt. Wie viel brauche ich denn für so ein, äh, eine Axt? Kommt Musik, hat das was zu bedeuten? Ähm. Ich weiß nicht. Brauch noch, ich brauch zwei Steine und, äh, ganz die Farbe. Da hab ich die eben nicht wahrgenommen, aber eben war doch keine Musik. Wenn Zombie kommt, einfach verprügeln. Wie denn? Achso, ja, hat er... Wie denn? Das kann doch nur von mir kommen, so ne dumme Frage, ey. Wenn Zombie kommt, einfach verprügeln. Wie denn? Falls die Zuschauer wissen wollen, ob ich blond bin, ja, tatsächlich bin ich blond. Ich hab nochmal Federn, die sind bestimmt für irgendwas gut später. Ja, ich hab auch Federn und Eier. Mehr als du. He, 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 he. Scheiße gegeben, ey. Oh, hier ist alles. Oh, Neri! Oh, Gottchen, komm mal her, bitte, 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 komm mal her. Achso, du musst aufpassen, es gibt auch Bären in dem Spiel. Ja, egal, das ist voll süß. Ist das Neri? Ich hab hier einen Kanickel, ich würd's gern verprügeln, aber... Nahrung! Kann ich hier was machen? Nee. Ich will's nicht hauen. Neri! Oh, hier sind voll viele Eier und so. Neste. Nester. Ich hab so ein bisschen Angst, dass hier Zombies irgendwo sind. Ja, ich glaub, bei mir kommt... Boah, Spülmaschine. Äh, ich glaub, bei mir kommt noch bald was. Was? Ich hab Kleber. Kleber, Schnüffler. Kleber. Das macht die Welt hier draußen etwas erträglicher. Hier ist alles voller Neste. Aber was kann man denn mit dem Reh anfangen? Äh, kannst du jagen, töten und essen. Aber du musst es kochen. Jagen? Oh, nee. Noch nicht. Noch bin ich nicht am Ende meiner Kräfte. Ich brauch doch nur noch einen Stein. Das kann doch nicht sein. Hier muss doch irgendwo einen Spiegel-Sicken-Stein. So. Was ist das denn? Ah. Äh. Okay. Alles mitnehmen. Okay. Ich hab jetzt schon mal eine Stein-Axt. Also wenn ein Zombie kommt... Weg, ich lauf weg. Da kommt ein Zombie. Achso, ich soll den schlagen. Wo ist er denn? Oh Gott. Nein, du musst den nicht schlagen. Du kannst auch weglaufen. Wo bist du denn? Nein. Ich komm mal zu dir. Wir teamen jetzt ab. Ich hab ihn geschafft. Nein. Ich hab ihn nicht geschafft. Ich hab noch gar keinen gesehen. Jetzt geh doch mal tot. Bist du jetzt tot? Oh. Ich habe Gänsehaut. Und... Mir ist wach. Ich hab hier... Ich hab hier dein Ebenbild. Sie ist hingefallen. Sie ist auch gerade zusammengeschlagen. Sie ist hingefallen. Nein, Jasmin. Geh nicht. Aua. Hast du auch eine gesehen? Aua. Die hat aber auch eine Range. Die hat mir einen auf den Latz gehauen. Hast du auch einen? Ich hatte. Ich hatte auch einen. Selbstverständlich ist sie schon tot. Und es hat mich überhaupt nicht gekümmert. Ah ja, genau. Ich werde das Video sehen, ne? Baumwollpflanze. Na, Baumwolle hast du ja schon gesammelt, ne? Genau. Und kannst du trotzdem sammeln. Ja, wegen unseren Plätzen im Inventar. Ich sehe hier noch einen Zombie. Mir doch egal. Bist du hinterm See? Ich weiß nicht, wo ich hier bin. Du bist ziemlich weit weg auf jeden Fall. Ja, ist doch cool. Was ist denn? Ein Auf und Mütze. Weg. Stör. Geh, K.O. Was ist das? Was denn? Au! Die Kristalle, ey. Hast du genug? In dein Gesicht. In dein Gesicht. Ja, die Zombies kannst du leider nicht looten, ne? Oh, ich habe einen großen Stein gefunden. Unternehmens ist ein kleiner Stein. Meins. So. Irgendwas? Ich weiß ja nicht, wo du bist. Weg. So, ein Stein-Spare. Äh. Ja, kann ich auch herstellen, ne? Was habe ich noch nicht? Ein Hammer. Aber Hammer brauche ich noch nicht, oder? Oh, wir müssten mal langsam gucken, dass wir auch einen Platz finden, wo wir erst einmal verweilen wollen. Ja, wo soll ich denn hin hier? Ja, ich weiß ja nicht, wo du bist. Du bist hinterm See. Woher weißt du das? Na, oben, wenn du hast doch... Du läufst bestimmt die ganze Zeit von mir weg. Du hast ja oben, da steht Tag 1 Zeit, ne? Ja, ich... Hä? Tag 1 und Zeit steht da. Oh, nee, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Da kommt ein Zahnbild. Boah, alter Schwede. Ist der geboarzt. Äh, na, wenn du jetzt nach oben guckst, da ist eine Leiste. Ja, ich hab schon... Der grüne Fall, ja, ja. Da musst du hinlaufen, da musst du hinlaufen. Ich hab hier auch... Ja, hier. Ach, nee, das ist ein Zombie. Ich dachte, du wärst das. Nee, nee. Nee, nee. Ich wollte gerade sagen, hier, hallo. Ich hab keine Ausdauer mehr. Hier, ich hab hier noch ein Zombie, aber ich hab hier auch ein Haus, da würde ich gerne mal drinnen rumschnuppern. Das sieht aus wie bei The Walking Dead hier. Ja, ne? Hier, dieses Ding. Das war doch auch so was. Wo, äh, Daryl dann irgendwann weggefahren ist. Da kommt noch ein Zombie. Lass mich mal. Boah, der hat mich hier... Doppelohr feigt hat er mich. Ja, wieder zu? Ich hätt ihn schlagen sollen, als er am Boden war. Hier nochmal runter. Eckechen. Ich bin hier in diesem Haus, hier ist keiner drinnen, ne? Au! Kann ich auch. Die kommen mir... Kommt hier nicht rein, glaube ich. Äh, doch. Die hauen die Wände irgendwann kaputt. Haue ich die kaputt? So viel weiß ich. Soll ich zum Ziel kommen? Hier sind aber so viele Häuser. Ich gehe hier erst rein. Wie? Die macht komische Geräusche. Geile Musik, ja. Ähm. Ich gehe davon aus, dass die, die da liegt, noch aufstehen wird und... Wo ist denn die Alte da unten? Hier haut sich eine gerade, äh... Oh, ich... Oh, nein. Wo kripsen ihr Knarren? Ich brauche eine Knarre. Ich habe eine aber... Oh Gott, der ist von oben runtergefallen. Ich habe halt keine Munition. Das ist so eine Muschi, ey. Der kam aus dem Nix. Mensch. Wo hast du nur die Waffe her? Habe ich gefunden. Auf Otto.de oder was? Ne, die war im Müll drin. Hatte irgendwer weggeschmissen. Der ist bestimmt schon tot. Ja, die ist da noch ein bisschen eingesperrt. So. Komme ich jetzt hier nicht rein? Der ist von hier oben. Komme ich da irgendwie hoch? Ah, mit Hüpfen. Guck mal, da ist ja noch was, ne? Äh, da steht ein Typ in der Küche. Oh, ich habe... Wie sollst du Johnny Depp? Ich habe Medikamente und ein Steinsperrstufe 2. Was ist das überhaupt? Verkohltes Beetbret. Ich weiß nicht, ob ich das essen kann. Äh, ein Arzt. Ich habe auch verrottetes Fleisch und Mais mir. Ich nimm es mal mit. Ähm. Dietriche, Lehm und eine leere Dose. Nägel, Nägel, Beugen. Da ist noch einer. Oh, der ist aber hochgefloppt hier. Ich habe mir Essen genommen. Wie habe ich das gemacht? Oh nein, ich bin auf die Taste gekommen. Oha. Ich glaube, hier kommt gleich was durchgestoßen. Ich brauche irgendwas um diese... Hildegard! Hildegard! Wo bist du? Wo bist du? Haust du denn das Pass? Oh Mann, ey. Oh Gott, ich habe aber nicht mehr viel Leben. Oh, was ist das? Eisenbolzen für Armbrüste. Ich nehme alles mit, was ich finde hier. Vielleicht wollen wir uns hier erstmal breit machen. Ich gucke gerade, was ich mir hier holen kann. Ich müsste vielleicht mal, ich weiß nicht, einen Verband nehmen. Ja, der heilt mich. Oh, 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 oh. Aller Anfang ist schwer. Okay, Zombie ist unten, Tür ist verschlossen. Wäre jetzt aber doof, wenn ich da durchgehe, ne? Hier ist nur einer oben. Ja? Nein! 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 Ritten ins Gesicht. Mann, ich brauche auch eine Waffe haben. Hast du Müll durchsucht schon? Ja. Okay, ich bin jetzt hier im Haus. Hier fehlt aber der Bone. Das ist ein bisschen doof. Was denn für ein Haus? Ey, ich bin hier in irgendeinem... Ich habe Kaffeeboden. Baumhaus, sag ich mal. Ne, ich habe hier so ein, äh... So eine Ranger-Hütte oder so. Und eine Eisenspitzhacke und eine Sonnenbrille. Ach, cool. Warte mal. Oh, ich sehe so krass aus. Ich sage dir, wenn du... Wenn du mich siehst, ne? Das... Ich sehe dann richtig krass aus. Mhm. Wofür ist der Stuhl gut? Kann ich denn damit machen? Barackenstuhl. Können wir immer noch wegschmeißen, ne? So, ich habe jetzt hier zwei Zombies. Zombies, ja. Und ich brauche irgendwie eine Knarre oder so. Ich weiß nicht, ob ich hier runterspringen kann oder ob ich mich verletze. Einer ist raus. Er hat die Tür geöffnet. Schön. Eins, zwei, drei. In die Klöten. Nein. Der hält aber... Ich bin hier ein bisschen dezent in der Falle. Ist aber kein Problem für mich. So, Bücherregal. Durchsuchen. Au! Ich dachte, du bist tot, du Schwein. Doppelt hält besser. Was ist denn das hier? Papier? Ja, das nehme ich mit. Falscher Knopf. Aber ich nehme es immer noch mit. Tagebuch des Jägers. Das, das, äh... Habe ich gelernt. Cool. Da ist ein Knochen drin. Aus dem Knochen kann man auch irgendwas bauen, aber ich weiß nicht was. Hier kann man aber ein schönes Lagerfeuer und so machen, wo ich bin. Ich kann auch zu dir kommen. Ich dachte nur, weil hier gleich Häuser um die Ecke sind. Hier kann man gut looten. Oh, oh. Hier kann man alles voll gut. Ich habe, äh, Technikfreak Band 6 und Band 2. Ein Bauplan, äh, Grundlagen der Elektronik und Scheinwerfer. Die Tonne. Gehe ich hier auch nochmal irgendwo eine Waffe? Ich sollte dir vielleicht ein paar Bücher überlassen, ne? Damit du auch was lernen kannst. Oh, ich habe hier sogar eine Truhe und Schrotflinten-Munni. Ja, ich bräuchte meine Schrotflinte. Das Einzige, was so ein bisschen doof ist, ich habe keine Munni für die Knarre, die ich... Doch, jetzt schon. Neh mal mit. So. Oh, hier ist ein... Ich habe... Ich habe ein Safe. Wie war ich denn das? Schlossknacken. Willst du weg hier? Ah, geil. Da hinten kommt auch noch eine. Ich knack gerade ein Safe. Also, ich will nicht angeben, aber ich bin schon ein ziemlich krasser Safe-Knacker. Oder ein alter Knacker. Seit für einen Tee. Hm? Hä, warum hat er den nicht geknackt? Du verfügst nicht über die... Oh, die Sau hat meine Dietrich hier gefressen. Jetzt habe ich keine mehr... Warum bin ich so langsam? Sag ich erst mal, wo das blöde Haus ist. Oh! Ich habe ein gebrochenes Bein. Und das dauert eine Stunde 58 Minuten, bis es wieder heile ist. Und ich bin überladen. Ja, das wird eine Weile dauern, bis ich bei dir bin. Ja, wo bist du denn? Kann ich denn noch irgendwas lernen hier? Ich komme zu dir gerade. Ja, dann können wir doch uns hier in der kleinen Hütte hier ein bisschen breit machen. Erstmal, oder? Weil hier ist ein Zaun drum. Auf zwei Etagen. Auf dem Wasser, oder was? Nee, auf dem Wasser bin ich nicht. Hä, wo bist du? Hä, ich gehe gerade den grünen Pfeil nach. Ja, immer, immer folgen. Bist du hinter dem Wasser? Ja. Boah, dann bin ich ja richtig weit weg. Eisen, Blei, Trophäe. Wie komme ich denn da hin? Äh, du kannst schwimmen. Ja, das kann ich. Stahl-Vorschlag-Hammer-Teile. Ich bin minimal überladen, aber ich will davon eigentlich auch nichts weggeben. Ich sag mal, der Vorteil hier ist, wir haben einmal die Häuser direkt um die Ecke. Wir sind hier ein bisschen eingezäunt im National Forest. Und wir haben Wasser um die Ecke. Wir müssen sowieso langsam einen Unterschlupf für die Nacht finden. Kann ich hier auch wieder hoch? Wo bist du denn? Ich denke, ich kann schwimmen. Ja. Kannst du nicht? Ich denke, du hast es ausprobiert. Nö. Bist du doof, Alter? Ich bin jetzt einfach davon ausgegangen, dass man hier schwimmen kann. Nee, kann ich nämlich nicht. Ich gehe jetzt drauf. Danke dafür. Nee, Quatsch. Ja, ich bin gerade zum Hügel geschwommen. Ja, du kamst nicht hoch, oder wie? Ja, und dann geht die Luft weg. Aber du kannst doch mit Leertasse dich oben halten, oder nicht? Versuch du es doch selber. Ja, jetzt traue ich mich nicht, weil mein Inventar voll ist. Oh, echt? Ja, meins auch. Weißt du, ich sag mal, im Großen und Ganzen ist das eine schicke Ecke hier. Weiß gar nicht mehr. Da hinten muss ich hin, ey. Boah, du bist 400 Meter weit weg und ich bin mega langsam. Also wir hätten auf jeden Fall hier Stein, Holz, Wasser. Weißt du was? Ich mach das mal. Ey, warum haut die nicht? Oh, ich hab keine Energie mehr. Oh. Keine Aussauer. Und, bist du jetzt tot? Danke. Oh, ich muss auch noch einen Schlafsack fertigen. Oh, du bist ja jetzt noch weiter weg. Ey, ich bin doch gerade auf dem Weg. Ich gehe ja bestimmt nicht mehr durchs Wasser. Ach so. Ja. Meinst du, kannst du nicht schwimmen? Mal auf, ich schmeiße gleich Steine an den Kopf. Muss ich da hinten über die Brücke? Hä, wie? Ich höre hier was. Ach, da zappelt einer. Mal gucken, wer zuerst an die Hütte ist. Ich oder die Alte? Hä, wie komme ich denn da hinten hin, ey? Ich mit meinem Hinkebein? Ach, das ist bestimmt, weil ich da oben runtergesprungen bin. Oh, das war ja doof. Er kommt gar nicht. Gut. Ich würde sagen, ich mache mich erst mal hier breit. Wir müssen noch Schlafsack platzieren. Komm her, du. Oh, sperrt. Ich habe halt ein bisschen Angst, dass wenn ich hier meine Sachen in Kisten einsortiere und wir haben die... Oh, da ist die Norde! Und wir haben diesen Schutzblock nicht, dass die Sachen weg sind. Wo ist er? Ich habe einen Hund! Ja, ich bin tot. Da kam ein Hund! Oh, du bist gestorben. Wo kam der denn her? Ja, die laufen hier rum, ne? Manche davon sind infiziert. Ey, nur weil ich zu dem Trottel wollte, ey. Hä, ich denke, du wolltest zu mir kommen. Ja, richtig, sag ich ja Trottel. Ey, darf ich jetzt von vorne? Ist jetzt alles weg? Oh, du bist ja ewig weit weg. 700 Meter. Ja, geil, mein ganzes Inventar ist weg. Oder was? Soll ich dir entgegenkommen? Nö. Ja, auch, ich komme dir entgegen. Ist doch kein... Ist jetzt alles wieder weg? Ja. Warum? Machen wir uns woanders breit hier. So, auch Wayne. Hier wäre halt geil gewesen, weil wir es schon umzäunt haben. Wieso ist denn das Inventar weg, wenn man tot ist? Ist ja doof. Ja. Ja. Achso, ich muss ja noch den Schlafsack fertigen. Ja, können wir mal gucken. Waren wir vertippt. Schlafsack. Neun von zehn. Mh, 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 mh. So. Oh, ist hier schon wieder ein Hund? Ah, nein. Ich habe keinen Bock mehr. Ey, wenn bei dir die ganzen... Warum kommen diese hässlichen Hunde denn zu mir? Also, wenn bei dir die ganzen Piecher sind, dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich, äh... Ey, den kriegst du nicht tot. Ey, du ahnst es nicht. Was fehlt mir dafür zum Reparieren? Der Pärtschlag. Was ist hier? Kann ich das irgendwo sehen? Alter, leck mich am Arsch, Junge. Ah, Stein wahrscheinlich. Ich blute. Ne, Pflanzenfaser vielleicht. Kann ich mich irgendwie heilen? Äh, du hast einen Verband. Ja. Hat sich schon alles erledigt hier. Wieso kommen zu mir die Hunde, ey? Äh... Wie repariere ich denn eine Stein-Axt? Wäre ich bloß... Ich habe gar keinen Stein. Äh... Habe ich nicht eine Spitzhacke gefunden? Jo. Stufe 2 sogar. Wäre ich bloß in der Hütte geblieben, ey. So, jetzt aber. Axt. So. Ich habe ja auch noch so einen Zettel hier, ne? Steht denn da überhaupt drauf? Ich hätte mir einfach die Eier braten sollen in meinem Struppensack. Kann ich gar nichts mitmachen. Ja, ich komme jetzt mal zu dir. Ja, ich gehe hier einmal um den Teich rum und dann... Ihr seid ein bisschen doof. Nachts sind die Zombies, äh, schneller. Äh, nachts gehe ich bestimmt nicht raus. Bist du drin? Die Hunde dann wahrscheinlich... Hä? Ach, bei dir sind ja... Ich gehe jetzt wieder in mein Versteck. Dein Ernst? Ja. In die Nähe auf jeden Fall. Wenn bei dir Hunde sind... Ja, ich bin voll überladen. Ich brauche ewig... Können wir uns nicht irgendwo treffen? Ich gehe bestimmt nicht mehr zum See. Ja, hier in dem... Dings hier. Hier ist am See direkt ein Haus. Auf deiner Seite. Ich gehe nicht mehr zum See, da kam der Hund. Also, das Team-Up habe ich mir anders vorgestellt, aber okay. Ja, du spielst mit mir. Schon vergessen? Ja, ja, ja. Da habe ich nicht dran gedacht. Ah. Da habe ich nicht dran gedacht. Äh, 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 äh. So, jetzt muss ich ja mal gucken, dass ich bei dir ankomme. Das Problem ist, ich habe ein gebrochenes Bein. Ja, sagtest du bereits. Ja, ja, übertreib mal, ey. Ach, ich gehe, glaube ich, in das Häuschen hier, was da steht. Oder was ist das hier? Komm ich an der dran vorbei oder läuft die hier im Kreis? Äh, keine Ahnung. Das zeigt mir ja sogar an, wo Taschen sind. Wo war ich stehen geblieben? Ach, so, ja. Warum sagst du nicht, dass mir der anzeigt, wo Taschen sind? Weiß ich nicht. Komm mal her, wie ledigst du? Au! Das kann doch nicht. Uh, das ist aber eine schlüpfrige Angelegenheit hier. Oh, scheiße! Das hätte zu sehen müssen. Die habe ich geköpft, die Schlampe. Hey, 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 hey. Was? Ja, ich weiß. Ich habe geköpft gesagt. Es tut mir leid. Hä? Kommt nicht wieder vor. Ich werde nie wieder geköpft sagen. Ja. Der rumjinkst mir auch nicht. Der rumjinkst dir auch gar nicht. Oh, ich kann den Speer sogar schmeißen. Ja, aber das will ich ja gar nicht. Kann man beim Speer... Ja. Mit Rechtsklick kannst du ihn werfen sogar. Ja, schön. Hier ist ein Huhn. Soll ich das umbringen? Haben wir ja nichts. Aber wir haben ja kein Feuer, ne? Ist ja egal. Ich kill das einfach. Dann machen wir später Feuer. Feuer kannst du in dem machen, wo ich vorhin war. Da kannst du richtig ein Lagerfeuer machen. Ein Lagerfeuer kannst du überall machen. Du kannst ja eins herstellen. Ja, ist okay, Alter. Ich muss jetzt erstmal bis zur Brücke kommen und dann bist du dir... Ey, kannst du mir wirklich nicht entgegen gehen? Das sind nur 540 Meter. Nix da. Ich bin eben bei dem Versuch, dir entgegen zu gehen. Draufgegangen. Ich bin ja mal gespannt, wie dieses ganze Let's Play jetzt aussieht. Eine ist in der Hütte und kocht für mich und der andere geht looten, bauen, herstellen. Ich hab ein paar Eier gefunden. Hier liegt eine Lampel, ist im Böden. Kann man hier nicht schon mal israeln? Ey, ey. Weißt du was? Ich hab ein paar Eier gefunden. Oh, wieso hau ich ihn da immer gegen, ey? Oh, ich... Lecko mio, wo kommt er her? Er stand im Badezimmer hinter der Tür, Alter. Jo, und tschüss, Leute. Hier ist ja alles voll mit euch. Macht's gut. Heißt das, du kommst mir entgegen? Ich lauf einfach weg. Ja, komm mir entgegen. Oh, hier ist ein Laden mit ganz vielen Zombies. Weiß nicht, wo ich hin muss. Zombies. Puh. Hallo. Oh, das ist nix für mein Herz, ey. Du bist aber keine Schönheit, du. Tut mir leid, dass ich das so direkt sagen muss, aber... Nein. Bist du da schon angehumpelt? Ich möchte nix von ihm. Bist du das oder bist du ein Zombie? Ist das ein Zombie? Nee, das ist ein Zombie, ne? Nee, ich bin kein Zombie. Nee, bist du das? Wo denn? Anne Brücke? Du kannst mich nie im Leben sehen. Ich bin hier 500 Meter von dir weg. Oh, hä? Oh, leck mich doch am Arsch, Alter, ey. Wenn ich laufe, dann geht die Zeit wieder hoch, bis mein Bein wieder heile ist. Ich muss hier echt so lang kriechen. Alter. Ich hab kein Bock, jedes Mal alles neu zu sammeln, ey. Bei mir war jetzt nicht so viel los, ne? Schön für dich sind auch alle bei mir, ey. Ja, ja, ich mein ja nur, ich mein ja nur. Ich mein auch nur. Dann komm mir doch mal entgegen. Du haust ja sogar vor mir ab, du Nase. Bist du doof? Ich musste von vorne anfangen, weil du wieder nicht mitgekriegt hast, dass ich draufgegangen bin. Ich bin dir grad entgegengegangen, mal wieder. Hä, wie oft bist du gestorben jetzt? Weimal. Und jedes Mal bin ich dir entgegengegangen. Ja, aber wenn du das geschafft hast, ähm, bei mir ist nicht so viel los. Oh, ich hab Geld gefunden. Ich bräuchte wirklich jemanden, der mir was abnimmt. Ich bin absolut überladen. Für dich. Wenn jetzt ein Berg kommt, bin ich am Arsch. Aha. Weißt du mal, wie das ist, wenn man stirbt? Ja, ist doch scheiße. Wir wollen noch hier eine Basis aufmachen irgendwo. Ich hab mich verletzt. Ja. Ich geh aber die ganze Zeit drauf, weil ich zu dir kommen soll. Ja. Ja. Ich komm dir doch auch die ganze Zeit schon entgegen. Ich seh nicht einmal, wo du bist hier. Da kommt noch ein Zombie. Ich hau jetzt ab hier. Das kann ja was werden. Ja, weil ich such gerade, wo ich hin muss. Ja, alles cool, alles cool. Schließlich geh ich die ganze Zeit drauf. Ich hab jetzt auch ein bisschen Musik. Da ist noch einer. Ey, ich frasse ein Besen. Sag mal, ist der Bruch in Echtzeit? Habe ich jetzt Echtzeit? Eine Stunde 46, bis mein Bein heile ist? Was weiß ich denn, worauf fragst du mich das? Das wär ja echt heftig. Ja, also ich komm dir großen Schritte entgegen, ne? Äh, merk ich nicht. Mein Bein ist gebrochen. Hab doch mal Mitleid. Ach, stell dich nicht so an. Nö. Hey, hier kommt gleich wieder so ein blöder Hund, ey. Oh, da ist schon wieder ein Zombie. Ja, genau. Komm zu mir, ist klar, ey. Da krieg ich nix. Alter, wo bist du denn? Ich geh die Straße entlang. Ich bin jetzt noch 250 Meter von dir entfernt. Ich, 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 ich folge dem gut aussehenden Herren da vorne. Ja, kommt euch alle her hier. Wir sind jetzt schräg zueinander. Ja, ich lauf gerade, laut meinem Pfeil. Also schräg zu meiner Straße. Ich muss nur den Zombie hier wegmachen, weil ich Angst hab, dass er mich sonst verfolgt. Ich hab ja sogar Munition. Hier sind zwei. Oh, ho, ho. Oh, der ist der Einzelschuss, ja? Eieiei. Eieiei. Epp mal stehen. Eieiei. Hi. Du bist ja immer noch nackig. Ja, und was soll ich jetzt machen hier bei dir? Ja, wollen wir uns hier so eine Hütte irgendwo nehmen? Weil wir brauchen langsam Lager. Die Nacht bricht gleich ein. Ey, ich sag die ganze Zeit, da hinten ist eine Hütte. Ja, dann komm ich zu dir. Wo denn, wo denn, wo denn? Ja, da hinten irgendwo. Jetzt, wie unlogisch ist das? Hier sind doch überall Häuser, Jasmin. Ja, ey, jetzt lauf ich dir 500 mal hin und her und geh wegen ihm ständig drauf. Ja, dann geh da hinten mit in eine Hütte. Ja, ich komm nicht so schnell hinterher. Ich hab ein gebrochenes Bein. Du hättest mir auch mal ein paar Sachen abnehmen können. Ja, was? Wie, wie, ja, du bist lustig. Wie mach ich denn das? Äh, muss ich dafür droppen, aber wir haben hier Zombie-Probleme. Kleinen Moment. Was heißt denn droppen, ey? Ich will auch einen Speer, ey. Boah. Uh, das war eine schlüpflige Angelegenheit. So. Du willst auch einen Speer? Warte, 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 warte. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Komm mal her. Ich will hier nicht ständig warten, weil ich in Sicherheit will. Ja, 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 jetzt hör auf rumzuheulen. Hier, nimm das hier. Ja, weißt du, wer hier am meisten rumheult? Da, da. Ja. Ja, wie mach ich das jetzt? Ähm, Tabulator-Taste. Was? Tab, Pfeil links, rechts. Ja. Jetzt gehst du auf den Speer, klickst ihn einmal an. Ja. Dann klickst du in dein freies Feld unten, in dieser ganz schmal, also in der untersten Leiste, die du hast. Oh, hab ich. Ja, und dann gehst du mit, äh, Tabulator-Taste wieder raus. Jetzt, jetzt ist der unten in deiner Leiste, ja? Äh. Okay, nochmal. Also, Tabulator-Taste, dann siehst du dein Inventar. Dann tippst du den Speer an mit linke Maustaste. Ich bin nicht doof, ich hab es schon verstanden. Also, linke Maustaste auf den, und dann linke Maustaste auf dem freies Feld unten. Ja, hab ich. Und dann mit dem Mausrad einfach nur. Ja. Oh, ich hoffe, die Hütte ist jetzt leer. Jetzt ist es dunkel. Ah, zumindest haben wir uns hier getroffen. Ist das nicht schön? Oh nein. Was? Wo hab ich denn den jetzt hingeschmissen? Oh. Ja. Hier. Hopin. Kann ich dich eigentlich damit auch stechen? Nein, wir sind Freunde. Na, geht das aber theoretisch, praktisch? Ähm, wenn wir keine Freunde sind? Äh, kommt denn hier einer? Äh, kommt, glaub ich, zu mir. Verprügelt grad ein Baum. Ist noch ein bisschen aufgehalten. Oh, äh, es ist 22 Uhr, die sind schneller. Ja? Weiß, es ist dunkel. Ja. Hat 22 Uhr so an sich. Er bleibt stehen. Er ist doof. Er hat keine Ahnung, was er will. Er sieht aus, als hätte er so ein leichtes Problemchen. Iiiiih, was ist er denn, Alter? Bisschen viel gefuttert in deinem anderen Leben, was? Ähm. Äh, das kann nicht wahr sein. Äh, wenn du, wenn du gegen die Zombies kämpfst, ne? Schlag die immer ein-, zweimal und dann gehst du rückwärts. Von dem weg. Ich hab keinen Bock mehr, ey. Ständig geh ich drauf, ey. Jetzt kann ich wieder gucken, wo du bist. Jetzt bist du da, wo ich vorher war. Ja, das ist schön. Ja, ich mach den Dicken jetzt weg hier und dann nehmen wir das hier als unsere Hütte. Fertig. Und dann kann ich dir auch helfen. Oh, hab ich mich erschrocken. Der Dicke kann ja auch laufen. Der kann springen. Der ist über mich rübergejumpt. Aua. Oh, ich komm nicht so schnell rückwärts. Okay. Den Dicken hab ich. Ich bin eh gleich wieder tot. Oh, ich muss hier einmal in die Hütte. Die ist verschlossen. Das kann nicht. Oh, warum krieg ich immer die Akkofiecher hier? Was schafft mir hier jetzt erstmal Zutritt? Oh Gott, was ist denn das hier, ey? Okay. Uh! Wo? Ah ja. Oh, ne. Ja, komm her. Friss mich wieder. Genau. Mach mich wieder kalt. Ja, komm. Der schlägt mich hier noch. Ich bin auch gleich tot. Fuck. Ja, das war unsere allererste Runde 7 days to die. Ich hoffe, das Gejammert hat mich zu sehr gestört. Aber wir werden uns da schon reinfuchsen. Dann gibt's auch wieder gute Laune. Äh, Antibiotika muss ich nehmen. Wir sind für jeden Tipp, ich sag's wie es ist, wir sind für jeden Tipp, ich sag's wie es ist, wir sind für jeden Tipp, ich sag's wie es ist, oh meine Knarre ist ja auch weg. Alles ist weg. Meine Knarre, mein Speer, alles. Oh, Red Hair, jetzt ist aber gut hier. So, ich sag's wie es ist, also wir sind für jeden Tipp in den Kommentaren dankbar und werden sie garantiert auch umsetzen. Ich bin schon wieder tot, alter ey. Okay, wir sehen uns das nächste Mal wieder, bis dahin, macht's gut, ciao. Tschüss.